Vielleicht haben Sie in den vergangenen Tagen an der Straße oder an einer Kirche ein Plakat mit den beiden Sätzen, fürchtet euch nicht, Gott ist bei euch entdeckt. Es handelt sich dabei um das Advents- und Weihnachtsmotto unserer Seelsorgeeinheit, das ökumenisch erarbeitet worden ist. Egal zu welcher Konfession wir gehören, Gott steht zu uns, Gott begleitet uns und ist an uns interessiert, gerade an dieser Zeit. Am 12.12. um 18.30 Uhr wird Raimund Stockinger diesen inhaltlichen Faden im Evensong aus der Jugendkirche in Vautenbach aufnehmen. Musikalisch umrahmt wird dieser besondere Abend von Kirchenmusiker Frank Hoder, dem Jugendchor unterwegs, sowie Schülern der Musikschule Achan. Herzliche Einladung, live dabei zu sein, mit Anmeldung in der Jugendkirche oder via YouTube. Wir freuen uns auf Sie. Und dies, dass er über uns geht. Es spricht von der Hoffnung, komm imigen Licht, um reden voll zu versinnen. Es spricht von der Hoffnung, komm imigen Licht, um reden voll zu versinnen. Untertitelung des ZDF, 2020